Neue Woche, neues Wetterglück, aber leider haben wir kein Wetterglück. In den kommenden sieben Tagen geht es wechselhaft weiter. Und um Pfingsten herum, da sieht es in den Hochlagen eher nach Pfingstschnee aus als nach Pfingstsommer. All das in diesem Wettervideo. Hallo und willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Wie war es gestern bei euch gewesen? Bei uns in Mainz-Wiesbaden gab es gestern am Sonntagabend um 19 Uhr Starkregen, Hagel, Sturmböen. Ein Gewitter ist über das Rhein-Main-Gebiet gezogen. Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar zu eurem Wettergestern hier unter diesem Wettervideo. Die nächsten sieben Tage, wie gesagt, weiterhin Chaoswetter, auch über Pfingsten. Da könnte es sogar in den Hochlagen nochmal Schnee geben. Dazu später mehr. Zunächst wie immer der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Das Tieflotha liegt über Nordeuropa, bringt uns weiterhin wechselhaftes Wetter und zum Teil auch immer wieder kräftige Regengüsse und sehr kühle Luftmassen. Die warmen Luftmassen sind nicht weit weg hier über Russland. Dort herrscht zum Teil viel zu warmes Wetter, Sommerwetter und auch der Blick Richtung Südwesteuropa. Auch da hat sich der Sommer teilweise schon etablieren können. Bei uns dagegen hier in Deutschland, in Mitteleuropa, da sitzen wir mittendrin im Kälteloch. Der Blick auf den heutigen Montagmorgen nach Norden teilweise freundlich, sonst im Rest des Landes dichte Wolken stellenweise immer noch Regenschauer. Vor allen Dingen im Westen und im Südosten. Ja und heute tagsüber ein gleiches Spiel wie gestern, sehr windig, immer wieder Regenschauer, teilweise Gewitter mit Starkregen, mit stürmischen Böen, mit Hagel. Das volle Programm wird heute zum Wochenauftakt geboten werden und das bis zum Sonnenuntergang. Dann lassen die Schauer und Gewitter langsam nach. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch in den kommenden Tagen weitergeht, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Ja, die Höchsttemperaturen heute ziemlich spärlich, 13, 14, teilweise 15 Grad im Norden und im Westen. Die höchsten Werte hier in Berlin-Brandenburg 17, 18, vielleicht auch mal 19 Grad sind hier drin. Aber das ist dann wirklich das Höchste der Gefühle. Morgen früh, da braucht man wieder die Jacke-Temperaturen, ja so um die 6 bis 8 Grad. Und punktuell kann es auch hier und da besonders in den höheren Lagen wieder Blümchen-Alarm, also Bodenfrost geben. Auch der Dienstagmorgen beginnt mit vielen Wolken im Norden, zeitweise freundlich, aber später bilden sich schon wieder viele Schauer und Gewitter. Wieder mit Starkringen, mit kleinkörnigem Hagel, mit stürmischen Böen, in Hochlagen der Alpen. Wir sehen es da unten an den blauen Symbolen, da kann es auch wieder Schnee, Regen und Schnee geben. Und auch der Dienstagabend bleibt wechselhaft, ab und zu Sonnenschein, dazwischen immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. Und ich sage es gerne nochmal, Schauer und Gewitter werden wie immer nicht jeden treffen. Dort, wo sie abladen, kann richtig was runterkommen. Aber es gibt auch Regionen, die bleiben wahrscheinlich komplett außen vor und komplett trocken. Die Höchsttemperaturen morgen nicht viel höher als heute, 13 bis 16 Grad. Im Osten wieder am wärmsten Temperaturen von bis zu 18 Grad. Ja und die gesamte aktuelle Woche wird nass werden. Hier mal die Regensummen bis zum Pfingstmontag. Und wir sehen teilweise, ja so 35 bis 40 im Südwesten bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und im Alpenraum wird es richtig nass, 80 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und ein Teil davon fällt in den Hochlagen als Schnee. Teilweise bis Pfingstmontag hier ein halber Meter Neuschnee, der in den Hochlagen der Alpen drin sein könnte. Ja, wir blicken noch auf den Wind, denn der ist heute nochmal sehr spannend. Vor allen Dingen hier in der Westhälfte Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, teilweise auch in Bayern. Da gibt es heute Windböen um die 50 bis 60 Kilometer pro Stunde. Also ein wirklicher April-Wettertag, der uns heute in vielen Regionen des Landes erwartet. Und deutlich zu kühl für die aktuelle Jahreszeit. Wir sehen hier mal die Temperaturabweichungen heute Mittag ganz frisch berechnet vom amerikanischen Wettermodell. Heute Morgen deutlich zu kühl bei uns in Deutschland. Teilweise Temperaturabweichungen von um die 8 Grad unter dem, was normalerweise zu dieser Jahreszeit zu erwarten wäre. Im Vergleich zum Klimamittel 1979 bis 2010. Und wir gucken auch mal Richtung Russland. Hier das genaue Gegenstück. Die Temperaturen hier teilweise 12 Grad darüber, was normalerweise zu dieser Jahreszeit zu erwarten wäre. Und nur wir hier in Deutschland und Mitteleuropa, wir sitzen wirklich im Kälteloch. Und wir bleiben auch im Kälteloch. Wir gucken mal auf den Mittwoch. Auch hier bei uns blau in Deutschland. Zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Aber Richtung Osteuropa, Richtung Russland teilweise 12 Grad zu warm. Der Sommer, der Frühsommer, er ist also nicht weg. Er ist eben nur woanders. Und wir blicken noch auf das Pfingstwochenende, auf den Pfingstsamstag. Und wir sehen, Pfingstsommer ist nicht in Sicht weit und breit in Europa. Ganz im Gegenteil. Immer noch blaue Farben, die da aktuell in der neuesten Noah-Prognose berechnet werden. Blaue Farben, das heißt zu kühl für die aktuelle Jahreszeit. Und jetzt blicken wir noch mal im Speziellen auf das lange Pfingstwochenende. Bis zum Pfingstwochenende bleibt es wechselhaft. Ja, und auch der Pfingstsamstag, der verspricht nicht besser zu werden. Ein Mix aus Sonne und Wolken und immer wieder Regengüsse. Und wir sehen es hier unten, die lieren Farben im Alpenraum. Da kann es Schneefälle geben in den höheren Lagen. Also sommerlich sieht das alles wahrlich nicht aus. Und das sind die Höchsttemperaturen am Pfingstsamstag. Und wir sehen Temperaturen gerade mal 14, 15, 16 Grad. Mit etwas Glück bis zu 17 Grad im Osten des Landes. Im Alpenraum Richtung Österreich rüber. Teilweise Temperaturen um die 10, 11 Grad. Auch hier bleibt es ziemlich kühl am Pfingstsamstag. Und wir gucken auf den Pfingstsonntag. Auch keine Wetteränderung. Sehr wechselhaft von Westen. Immer wieder neue Tiefdruckgebiete mit Niederschlägen im Alpenraum. In den Hochlagen lila Signale. Und das heißt, hier fällt weiterhin Schnee. Und wir gucken dann noch mal auf den Alpenraum. Speziell von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag. Die neueste Prognose zeigt uns im gesamten Alpenraum. Da ist mit Schneefall zu Recht. Denn bis hier rüber in die Salzburger Region, nach Österreich, da kann es in den Hochlagen über Pfingsten Schnee geben. Also kein Wanderwetter über die Pfingsttage im Alpenraum. Das nur schon mal als erster Warnhinweis. Wir blicken auf die Temperaturen am Pfingstsonntag. Auch relativ unterkühlt 13 bis 15 Grad. Die höchsten Werte wieder im Osten des Landes 17, vielleicht auch 18 Grad sind hier möglich. Und zum Schluss noch der Blick auf den Pfingstmontag. Da ist es ein bisschen freundlicher. Im Süden Mixer Sonne und Wolken kaum Schauer. Im Norden mehr Schauer und im Osten auch. Und vor allem hier in Österreich zum Teil kräftiger Regen. In den Hochlagen der Alpen immer noch Schneeflocken. Und die Temperaturen am Pfingstmontag vorübergehend mal im Osten 19 Grad. Vielleicht auch hier knapp 20 Grad. Aber sonst ziemlich unterkühlt. 13, 14, 15, 16 Grad im Norden. Und hier im Südosten ist es richtig frisch. 10 bis 12 Grad nur. Und wir blicken mal hier nach Österreich. Temperaturen hier teilweise unter 10 Grad. Da wird es also am Pfingstmontag richtig kühl sein. Und wie gesagt, in den Alpen, da schneit es immer noch munter weiter. Ja und wie immer mal eine Stadt ausgewählt beim Wettertrend. Heute mal Zwickau. Das war ja gewünscht worden von einem User in den Kommentaren unter unseren Wettervideos. Und wir sehen auch in Zwickau, die 20 Grad Marke wird bis zum Pfingstsonntag nicht erreicht werden. Die Temperaturen meist so um die 15 Grad. Aber in leichter Temperaturanstieg dann auf über 15 Grad zum Pfingstwochenende. Doch es bleibt eigentlich durch die Bank wechselhaft immer wieder Schauer und anfangs auch zum Teil kräftige Gewitter. Und die Nachttemperaturen auch mal regional unter 5 Grad. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Vorsage. Mittlerweile schon bis zum 1. Juni. Und zwar für den Westen Deutschlands die mittlere Temperatur. Hier aktuell knapp unter 15 Grad. Erreicht dann später um die 15 Grad. Und bleibt dann hier auch hängen über Pfingsten hinweg bis zum Start in den ersten meteorologischen Sommermonat Juni. Die Temperaturen maximal im Westen um die 15 Grad. Und nur einzelne Ausreißer gehen mal rauf auf 20 bis 25 Grad. Das sind aber wirklich nur Ausreißer. Und es gibt immer wieder Niederschlagssignale auch über das Pfingstwochenende hinweg. Und wir gucken noch in den Osten Deutschlands. Auch hier eine ähnliche Wetterlage. Es bleibt unterkühlt. Die Temperaturen im Mittel bis zum Monatsende immer um die 15 Grad. Und nur einzelne Ausreißer sehen mal 20 bis 25 Grad. Und dazu im Osten auch immer wieder zum Teil auch kräftige Niederschlagssignale. Apropos Niederschlag. Wir gucken mal ins Alpengebiet rein. Ins Alpenvorland. Und schauen uns die Regensummen an. Teilweise auch Schnee. Da sehen wir hier an den blauen Symbolen. Teilweise ist auch Schnee dabei. Was da fällt bis zum 1. Juni. Und ja, da kommt noch einiges runter. Im Mittel 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die höchsten Berechnungen gehen aus von 160. Und die niedrigsten von 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Teilweise Regen. In den Hochlagen der Alpen ist das aber auch Schnee. Da kann also nochmal in den Alpen über Pfingsten hinweg bis zu ein halber Meter Neuschnee fallen. Das Chaos-Wetter. Das Chaos-Wetter. Es geht also im Mai auch über Pfingsten weiter. Vom Wonnemonat Mai ist da leider weit und breit nichts zu spüren. Und ich sage mal, bis Monatsende, ich habe es schon mehrfach gesagt, ist einfach kein Frühsommerwetter mehr im Mai in Sicht. Der Mai geht zu kalt weiter und der Mai wird leider wahrscheinlich auch deutlich zu kühl enden. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wem unser Video gefallen hat, der lässt gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen guten Start in diese neue Woche.